Willkommen zurück zu Tales of Biseria. Wir sind hier auf Titania. Oder in Titania? Auf der Gefängnis in der Titania. Und ähm... Ja, versuchen hier die ganze Seria uns zusammenzusammeln. Sollen wir schauen. Das wird schon. Hallo Prinz. Hallo Prinz. Wie warst du. Du hast gut gemacht, um Artorias und seine Werte zu erinnern. Herr Artorias ist hier? Oh nein. Ich habe gehört, dass es ein Exorcist zu erwähnen hat. Artorias. Wenn du sterben möchtest, mach es alleine. Wir schützen die Therians vor allem anderes. Besonders, wir sind so nahe, um das alte Buch zu erinnern. Ich weiß. Wir werden von den dritten Dachs weggehen. Seid mir. Schau, Prinz. Prinz. Du bist kein Therian. Wenn Griffin da zuerst kommt, lassen wir dich hinterlassen. Entstanden. Okay. Klar und deutlich, kann man für dich sagen. So, jetzt können wir zurück nach oben. Okay. Ob ich das nicht kriege, ich weiß ja nicht. Hoch. Ach, hallo. Schokobuskönigin. Ein Alarmstufe Rot-Dämon. Der war bei ihm noch nicht da. Der war bei ihm noch nicht da. Die Kamera? Gefällt mir. Die schreit nur auf. Da ist es. Da. Die arme Sokoboskönigin hier. Die sind dann echt fast klein. Die ist wirklich gerade drauf, warum sie tot ist. Die macht halt nix. Kann nix machen. So an den Rand geschwiegt. Was sagst du, Mammel? Das schädigt gar nicht. Falls das so ist, wird es mir wirklich sehr leid. Aber hier schreien alle durcheinander. Alle. Okay. apropos bei rupen wir noch mal gucken ob er jetzt die waffe angelegt hat oder ob das eher so eine geko waffe ist halt die waffe von kurgane da ist ja an sich ja nur das große schwert was er auf dem rücken hat so dass man kurz schauen ausrüstung du okay es ist schon gut weiß es eher showkampfwaffe okay und ich bin vorhin falsch abgebogen ist ja nicht toll hast du habe ich nur aller stufe rot themen gefunden das hätte ich sonst nicht so müssen da Naja, fast. Stimmt. Can an Empyrean be used as an Armatus? I'm not even sure Artorias can handle that. He'll do it. Why else would he try to revive Nominat? But we're talking about an Empyrean! He'll succeed. I'm certain of it. This is the Shepard Artorias we're talking about here. Whether God or Devil stands in his way, he won't be swayed. That's who he is. Velvet. But it won't save him. He'll die by my hand. Empyrean? Or no Empyrean? Er war bestimmt nicht heute. Muss ich mal ganz kurz durch. Jo, jo. Ein großes Elefantengesicht. Jo. Muss ich hin? Muss ich da nicht abhängen? Ha? Mekrotischer Ton. Mal wie auch das. Was? Wo? Da. Das ging erstaunlicherweise sehr schnell. Bin ich dann hier richtig? Ja doch, hier ist richtig. Ich dachte, jetzt müsste er noch weiter hoch gehen. Und dann ging ich runter und dachte ich so, äh. 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 Benwick, Vergiss mich! Geh die Von Altia und weg! Jetzt! Das ist verrückt! Was denkst du? Wenn ich sie nicht runterfügt, sie werden dich aus dem Farben! Warte, Zanker! Wir werden es durch. Aye, aye! Aber nicht sterben! Du hörst mich? Ich bin hier mal entspannt. Wir werden nicht sterben. Wir werden sterben. Okay. Einzige, womit wir jetzt noch keine Begegnung hatten, war mit einer Feuerarmatisierung, ne? Glaube ich. Ja, ist ja gut. Das war's mit dem. Erdinger! 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 Ich habe dir gesagt, wenn du sterben möchtest, mach es alleine. Ich werde nicht mit mir kommen. Ich werde nicht mit mir kommen. Use mich. Percival! Keine Angst. Griffon wurde weg. Okay. Wenn du mich als Hostage benutzt hast, dann solltest du ein Schiff zu holen. Ich bekomme dir einen für das. Aber keine Gratitude erwartet. Ich habe nicht. Es sieht aus, dass das unsere beste und nur beste Betten ist. Okay. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt wohin? Ich dachte mich immer dumm und dem ist ohne hier, ne? Dahinten. Es sieht alles gleich aus. Also dahin, dahin, dann da rum, dann da. Okay. Ja, das kriege ich hin. Da werde ich noch mindestens einmal auf die Karte gucken müssen. So. Ja, ich gehe mir auf den Weg. Und du auch. Nein. Lass den Mist da. Natürlich muss ich in solche Erdamortisierung hier reinlaufen. Weil die jetzt nun gar nichts aushalten. Nein. Ja. Geht doch weiter. Ist okay. War mir klar. Okay. Ist es noch wahr? Ich bin Angst. Über diese ganze Hostage-Thinge, du meinst? Ja. Das auch. Aber... Velvet ist wirklich verrückt. Und das ist ungewöhnlich. Wie? Magilu! Yelling at me won't change anything. Her thirst for blood knows no bounds. And she's got all the self-control of a wounded beast. With the way she's acting, I'm not sure she'll be able to escape. She's cut her way through all her problems before. She can do it again. I hope so. But everything has its limits. There's no blade that will not break. Nor is there such a heart. When the time comes, you'll need to make a decision. It's best you start figuring it out now. When the time comes... Okay. 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 Ich habe die gar nicht kommen sehen. Sie waren einfach da. Sauerei. Aber die halten zum Glück nicht viel aus. Enge Gänge und große Gegner. Da kann ich ja nur reinlaufen in den Gegner. Tschüss Schiff, war schön mit dir. Das ist eine von Eltea. Nein, das kann nicht sein. Das ist schrecklich. Wenn du zurück, jetzt. Was? Keine Art können wir das machen. Ich habe endlich das letzte Teil des Buches entschieden. Wenn was es sagt ist wahr, dann weiß ich nicht, ist es schon schon! Schon schon was? Die Flucht ist klar! Alles klar, machen wir einen Geheimdienst für die Dörren. Du gehst. Es ist Lord Artorias, und... Siegure! Nein, stop! Bitte, jetzt ist es Zeit für die Sicherheit. Step back, your highness. The girl before you wants nothing other than to kill me. You better believe it! This is a trap. We're leaving. Let me go! I have to save her! That ain't gonna happen, kid. Don't forget, you're my ticket out of here, too. I'm not your tool! Try to stop me and I'll take you down. Even you, Aizen. Your armatus isn't gonna stop me! Don't worry. I have another trick up my sleeve. That sword. Is that Orichalcum? Good job, little bro. Never seen that before. Damn right! The hardest sword there is! It may be made of Orichalcum. But still! It's time. Stand down, Shigeru. Don't be a spoilsport. I'm just starting to have fun. Get caught in the middle of this, and even you won't survive unscathed. The one to face Velvet will be in Nomenaut. The one to face Velvet will be in Nomenaut. So that's his game. That's right. I am Lafisette Crowe. And more. I am also Empyrean Inominaut. The Suppressor. No. That's... Inominaut. If you're gonna do this, you've got to commit. He's our enemy. I know. This is just... just another illusion. Okay, this is crazy. I don't do any damage. I don't do any damage. I don't do any damage. Your struggles are over. All your themes, your sufferings, I'll end all of it for you. Is this... the power of an Empyrean? Genau. Dieser Junge ist Empyrein in Nominat, der Suppressor. Aber wie? Wir haben seine Kraft verloren! Mit Verknappern den Therians? Sorry, dass du deine Wurzeln bist, aber du bist ein wenig Zeit. Es war nicht immer so, wie die Malevolenz die Therians verabschieden. Was wir brauchen, um ihn zu erwarten... ...was acht verschiedene Types. Greed, Conceit, Lust, Cowardice, Selfishness, Obsession. Diese sechs, die Inno-Mannat hat bereits erwähnt, nachdem du die Therians ausgerüstert hast. Das bleibt nur die zwei, die Velvet hat in ihr. Als Inno-Mannat sie hat, wird er vollständig erwähnt. Und ich habe nicht überhaupt einen Erdpuls für das. Ich kann sie hier essen essen. Ich werde dir das, Will! Wenn du so schwer bist, bleibst aus meinem Weg. Oh, it's all an illusion that hurts velvet Are you going to kill me sister velvet it was always so hard for me I was so frail all I did was cause you trouble is that why is that why you wanted me to go away I never wanted you to go I wanted you to live I wanted you to be by my side But in the end I couldn't protect you All I could do was offend you But to get my vengeance I... I devoured I killed Of course you did I'm sorry I'm sorry Lafie It hurt didn't Fee Kill him Please But Please It's Lafie said He's He's my brother But Velvet I never wanted you to avenge me I mean It's that sort of selfish emotion that creates malevolence That creates the demons What? That's why I'm going to help Arthur We're going to make all the pain in the world go away Including that hate That ugly malevolence in you Ugly malevolence? The awakened in Omenot will suppress all negative emotions He will remake humanity into beings free from sin You take away all their sins and people aren't people anymore I think that's just what they intend Like how they steal free will from the Molochim It will be a peaceful world Free from pain So your goal this whole time Was to rob people of their free will? If even an exorcist like you can let your emotions tempt you to betrayal Clearly it is the only way I'll make this world a safe place free from demons That has always been my dream Don't worry My wounds will heal Once I have eaten you, sister What's going on? This is bad We'll be swallowed alive Wait I always Everything I did I did for you How could you Do this to Thank you It's because of what you've done that I need to make amends You've hurt so many people And all for nothing You can't I'll be Afi Help it Unfortunate But they're within me now I'll find them I'll find them A weapon can't just be hard, you know It's got to be flexible, too Or it'll snap If you're addressing me Do you care to test that out? Nah Think I'll wait on that At least until you and a gnomonaut finish up your armatization Shepard Artorias What have you done? It's all according to my plan, your highness Let us return to the capital Yes What just happened? We were eaten by an earth pulse This happened to you before, didn't it? It's different this time It looks like our awakened friend, Inominod, is using the land as his vessel In other words, this earth pulse is now part of his body I was able to flee him only because I found a rift in the earth pulse as it formed So, Velvet and the others? I guess I won my bet Took long enough Bravo You do have a talent If nothing else Oh, Melchior If you're here, this place must be more important than I suspected Move aside I must close this earth pulse rift Bienzu, protect the rift Do well and I'll forgive that little betrayal of yours But if you run, my curse will follow you for eternity Bien, you got it It looks like I just won my bet If I let you seal this rift now, I'll never collect Illusions won't work on me You can't break a heart that's already broken That day, I interrupted my art when your heart broke I suppose I was taking pity upon my student But this time, know that I won't hold back I will grind your heart into dust You're awake I'm glad to see you're okay It looks like we got sucked into the earth pulse Are you alright, Eleanor? What about everyone else? I'm fine But... Kill Kill I killed So many Murdered Slaughtered It was all for him I killed for Him But he said I was Ugly Nothing Nothing All for nothing I can't I have to kill I Die Die The whole time She You're awake Come on, we're leaving I have to kill them But Inominata is your It's just an illusion A fake A trick Or What if it was really him? Then that means he betrayed me Doesn't it? You think I can't kill a traitor like him? Why? Why wouldn't I? Just how many do you think I've killed? You Who watch me do it? I'm Sorry Velvet Luffy Time to wake up I told you to stop calling me Luffy I'm not a little kid anymore Grumble grumble, huh? You must be feeling good Inominat A bit of a fever, I'm afraid No, this is different A vision of the past? See, I killed him It was easy I'm used to it by now Alright, we're getting out of here With your power But Now We've got to find Aizen and the rest I said Now Enough Stop it They're the ones who need to be stopped Isn't that right? I'll kill them I'll kill them all You must calm down Fine I'll calm down and look for an exit That's what you want, right? Oh Und immer mehr wird sie zur Personifizierung von Hass und Wut Gut Wie das am Anfang jetzt weitergeht, gucken wir uns an in der nächsten Folge von Tales of Biseria Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann Bis dahin 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 Untertitelung des ZDF, 2020